Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf dem Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Und heute begrüße ich euch ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Draft & Ride Records von Bruno Marciel, erschienen bei Inside Up Games in diesem Jahr. Ich habe das schon ganz viel bei Botkin Marina gespielt, um die 50 Partien habe ich das schon gemacht. Und ich hoffe, dass das Spiel auch noch einen deutschen Verlag finden wird, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz hervorragendes Spiel zum Thema Musik. Und Musik liebe ich über alles. Und dazu ist es halt auch noch ein Spiel, bei dem man auf einem Blog umschreibt, wie der Name schon sagt. Wir haben hier aber nicht das typische Flip oder Roll & Ride, sondern tatsächlich ein Draft & Ride Spiel, bei dem normalerweise Karten gedraftet werden. Im Singleplayer ist das alles ein bisschen einfacher gemacht, also noch etwas simpler. Deswegen, ich brauche hier auch ganz wenig Platz eigentlich nur. Das finde ich sehr angenehm hier so für ein Solo-Let's Play. Und da werde ich euch mal zeigen, wie das hier so funktioniert. Für den Aufbau ganz, ganz simpel. Man braucht den Blog, also beziehungsweise einen Zettel davon. Aber ich habe mir ja mal den ganzen Blog hingelegt. Das ist etwas bequemer dann zum Schreiben. Man braucht die vier verschiedenen farbigen Stifte. Da sind zwei Sets von enthalten. Man kann das Spiel normalerweise mit bis zu sechs Personen spielen. Da ist das sehr praktisch, wenn man da zwei Sets von hat. Und jede Person braucht noch einen normalen Bleistift oder Kugelschreiber. Je nachdem, wie sicher man sich dann immer ist, um die Sachen einzutragen. Dann für die Karten, mit denen wir gleich arbeiten werden. Da sucht man die Karten mit der 1 Plus raus für das Solospiel mit mehreren Personen. Einfach so, wie man das dann halt für die Spielerinnenanzahl dann benötigt. Das findet man immer auf den Karten. Ja, der Stapel wird einfach gemischt und bereit gelegt. Und dann haben wir hier noch unsere Ziele, die hier immer so als goldene oder Platin-Schallplatte dargestellt sind. Auch der Stapel wird einfach gemischt und vier Stück werden dann zu Beginn schon mal ausgelegt. Und dann kann es tatsächlich auch schon losgehen. Ja, bei Drush & Drush Records bauen wir uns eigene eigene Bands zusammen. Wir haben hier unseren Crew-Bereich, in dem wir aktiv sein werden. Wir können aber auch auf Tour gehen. Wir versuchen Harmonien zwischen unseren Crewmitgliedern zu bilden. Wir müssen hier so ein bisschen auf unseren Kalender achten. Und dann haben wir hier noch unsere Assets, mit denen wir arbeiten können. Und ja, ganz viele Möglichkeiten, um Punkte zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie gesagt, normalerweise draftet man über mehrere Runden die Karten und füllt dann so nach und nach den Block aus. Jeder und jede für sich. Und dann guckt man, wer als erstes die Ziele noch erfüllt. Aber im Solospiel ist es ein bisschen einfacher gehandhabt. Könnte man sagen, ich ziehe einfach in jedem Zug zwei von den Karten. Darf mir eine davon aussuchen. Alternativ dürfte ich dann noch eine dritte Karte nehmen. Und wenn ich so eine dritte Karte nehme, dann gibt es noch ein paar spezielle Regeln. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es mal soweit ist. Aber dann dürfte ich auch noch hier oben bei den Zielkarten schauen, ob ich was erfüllt habe. Und kann dann da die Punkte und die Boni für bekommen. Dann fallen aber auch ein paar Karten weg, sodass da auch so ein bisschen Rotation drin ist. Aber wie gesagt, das schauen wir uns einfach dann an, wenn es soweit ist. Insofern würde ich sagen, fange ich an mit den ersten Karten. Weil ja, hier können wir direkt loslegen. Und da sehe ich immer hier oben links, in welchem Bereich meines Blocks ich hier damit unterwegs sein kann. Und das hier ist dieser Agenda-Bereich. Und welche Felder ich damit ankreuzen darf. Und das ist tatsächlich ein guter Start, weil eines der Ziele, das hier bereits zu Beginn ausliegt, das bezieht sich schon auch darauf. Deswegen würde ich doch sagen, nehmen wir doch einfach mal diese Karte hier. Damit kann ich dann hier ein passendes Symbol hier ankreuzen. Es gibt jedes von den Symbolen hier in dem Agenda-Bereich viermal. Und ich nehme jetzt mal das hier unten. Denn das brauche ich hier ohnehin für dieses Ziel. Um das zu erfüllen. Und ich kann hier ganz viele verschiedene Sachen freischalten. Denn immer wenn ich hier eine Spalte oder eine Zeile komplett gefüllt habe, dann bekomme ich die beiden Boni, die am Ende davon sind. Und die beiden Diagonalen gehen auch. Ja, das war schon der erste Zug. Ich lege mal die Karten hier ab. Und dann geht es gleich weiter. Mit zwei weiteren Karten. So, hier haben wir jetzt ein Crewmitglied. Die gibt es in vier verschiedenen Arten. Ah, ich habe noch eins vergessen. Beim Aufbau muss man sich noch für eine Farbe entscheiden. Das ist nämlich dann hier eine mögliche Harmonie, die man hier mit dem Liedsänger oder der Liedsängerin nämlich bilden kann. Denn ja, wir haben eine Person, die singt. Wir haben vier Musikerinnen und Musiker. Wir haben drei Leute in der Produktion. Und wir haben noch vier Leute im Backstage-Bereich, die wir anheuern können. Das hat alles große Vorteile, wenn wir das machen, weil wir können halt die Harmonien bilden, um verschiedene Boni zu bekommen. Und vor allem gibt es hier auch ganz viele Punkte. Und man verliert am Ende des Spiels Punkte für jedes Bandmitglied, das noch fehlt. Und das will man natürlich möglichst vermeiden. Ja, und hier hätten wir tatsächlich direkt mal jemanden für den Backstage-Bereich. Den würden wir hier unten eintragen. Zu Beginn des Spiels sind hier diese Filter in der Mitte noch blockiert mit diesen Geldsymbolen. Das können wir dann später noch auflösen. Aber ich könnte auch hier aus dem Asset-Bereich, könnte ich hier mit den Fans arbeiten. Dafür steht hier das Herz. Und dann halt hier eines der Felder ankreuzen, die dieses Symbol haben. So, und ja, da tatsächlich dieses Crewmitglied nicht so großartig ist, weil der wäre erstmal nur einen Punkt wert. Und ich würde dann hier die verschiedenen Farben, würde ich dann hier eintragen, um dann später Harmonien bilden zu können. Aber der ist gerade nicht so fürchterlich interessant. Deswegen werde ich tatsächlich hier mal diese Karte nehmen. Und mit Blick darauf, dass ich hier beim Agenda-Teil diese Felder markieren möchte. Und ich möchte auch auf Tour gehen, werde ich mal hier mit diesem Feld anfangen. Denn hier in dem Asset-Bereich, da schaltet man immer die Boni frei, die zwischen markierten Symbolen liegen. Also würde ich jetzt zum Beispiel hier noch dieses Handy-Symbol markieren. Dann würde ich hier eine Eintragung auf dem Agenda-Bereich bekommen. Und ja, so sammelt man dann nach und nach diese Boni ein. Okay, das ist schon wieder der Zug und kommen wir gleich zur nächsten Karte. So, jetzt hätten wir hier wieder ein Herz oder wir könnten auch ein Interview machen. Und ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal direkt hier das Interview und nehmen hier das nächste Feld, was wir hier für dieses Ziel brauchen. Und wir haben hier auch schon ganz gut die Diagonale vorbereitet, die uns hier ein Multiplikator gibt für unsere Crewmitglieder. Das werde ich euch bestimmt auch noch zeigen können. Okay, kommen wir schon zu den nächsten Karten. So, wir hätten wieder ein Crewmitglied, diesmal jemand aus der Produktion. Und wir hätten hier die Bandprobe, ist das glaube ich. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen die Bandprobe. Auch hier entscheide ich mich gegen das Crewmitglied. So, denn dann kann ich hier schön was vorbereiten. Denn wenn ich jetzt da oder da was markieren würde, würde ich gleich beide Boni bekommen. Und das ist immer schön. Und auch das hier ist als Ziel vorhanden. Deswegen ist das noch eine gute Karte. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal das erste Crewmitglied mitnehmen. Und wenn ich mal schaue, ja, da habe ich gerade keine Ziele für, die mir da irgendwie weiterhelfen. Dann würde ich doch mal sagen, ich nehme mal hier die gute Dame vom Merchstand. Und die trage ich mal hier unten ein. So, die drei, die trage ich mir ein. Das sind schon mal die Siegpunkte, die ich für sie am Ende des Spiels bekomme. Und ich trage jetzt halt noch die Farben für ihre verschiedenen Fähigkeiten hier ein. Hier und hier ist es gelb. Und die anderen beiden sind in lila. Und wenn ich jetzt Crewmitglieder mit passenden Fähigkeiten halt angrenzend eintragen würde, dann könnte ich da gegebenenfalls diese Harmonien herstellen und dafür hier unten verschiedene Boni bekommen. Mal schauen, wann das soweit ist. Wir ziehen euch jedenfalls mal die nächsten Karten. Und ja, jetzt hätten wir hier wieder ein Backstage-Crewmitglied. Finde ich nicht so interessant. Ich würde mal sagen, wir geben hier mal so ein schönes Radiointerview. Und schauen mal, was wir dann hier mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall noch nichts direkt. Dann würde ich mal sagen, nehme ich das hier. Weil wenn wir jetzt vielleicht hier das Smartphone bekommen, dann könnte ich direkt zwei Kreuze hier oben im Agenda-Bereich machen. Und ja, wir können hier noch nichts erfüllen. Deswegen, solange ich jetzt nicht sage, oh, beide Karten, die ich hier habe, sind fürchterlich, dann könnte ich nämlich auch noch sagen, okay, ich ziehe eine dritte Karte und hätte dann mehr zur Auswahl. Allerdings hätte ich dann zwei Karten des gleichen Typs, also Crew oder den Agenda-Bereich, dann müsste ich die Karte nehmen, die nicht doppelt vorhanden ist vom Typ her. Ja, deswegen, solange ich mit den Karten arbeiten kann, würde ich sagen, arbeite ich auch damit. Ja, und jetzt tatsächlich schon einmal quasi die schwierige Auswahl, weil hier die Probe oder die Musikinstrumente, das wäre hier, das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Aber das ist ein sehr wertvolles Bandmitglied, weil der bringt mir tatsächlich vier Punkte. Und zwei Bandmitglieder zu haben, die vier Punkte wert sind, das ist hier auch eine Aufgabe, die ich habe. Deswegen würde ich sagen, nehme ich mal den Roadie hier mit. Und der hat tatsächlich alle vier Fähigkeiten einmal dabei. Und ich hoffe, ihr könnt die Farben auf der Kamera auch gut sehen. Ich finde, das Lila und das Gelb, die sind ein bisschen schwachbrüstig. Also da habe ich auch schon kräftigere Stifte gesehen. Aber es ist schön und gut, dass die Stifte hier schon direkt dabei sind. Und insofern möchte ich mich da nicht allzu arg drüber beschweren. Okay, so, das ist auch abgearbeitet. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier als nächstes. Jetzt könnten wir wieder ein Bandmitglied rekrutieren. Das wäre ein Musiker. Und wir hätten hier noch das Musikinstrument. Ich würde mal sagen, ich bleibe dabei und gehe erst mal hier im Asset-Bereich vor. Und nehme jetzt hier mal dieses Musikinstrument und markiere dieses Feld dafür. Und jetzt bekomme ich sofort als Bonus einmal dürfen wir auf Tour gehen. Das passiert hier in diesem Bereich links. Und wenn wir auf Tour gehen, dann dürfen wir uns immer startend hier bei unserer Garage ein Feld, das als nächstes freies aussuchen, wo wir lang wollen. Und dieses Ziel hier sagt, ich möchte bis zur Royal Orbital kommen mit meiner Tour. Das ist allerdings ziemlich weit weg. Und sollte ich irgendwann mal Ziele erfüllen, und es ist nicht gerade das Ziel, das ganz rechts liegt, dann wird das Ziel ganz rechts auch eh entfernt. Und ich schätze mal, das werde ich nicht als erstes schaffen, sondern eher das oder das. Deswegen versuchen wir auf Tour zu gehen. Ich könnte hier lang gehen, weil ich weiß auf jeden Fall, es gibt Ziele, die wollen hier zum Beispiel zum Stadion. Aber ich finde die Boni, die hier unten kommen, trotzdem interessanter. Deswegen gehe ich trotzdem hier in diese Richtung und trete mal hier in dieser Bar auf. Wir sind ja noch eine aufstrebende Band in diesem Moment. So, das ist einmal das hier gewesen. Ich markiere mir das mal, damit ich weiß, was ich schon genommen habe. Und dann darf ich mir noch eine Harmonie markieren. Und das passiert halt hier unten. Normalerweise, wie gesagt, wenn ich hier Harmonien zwischen Bandmitgliedern herstelle, gibt es aber auch manchmal als Bonus in den anderen Bereichen. Und da geht es darum, für volle Spalten und Zeilen gibt es wieder Punkte. Aber dazwischen kann ich auch ganz viele Boni mitnehmen. Und wisst ihr was? Ich würde doch sagen, wir nehmen mal als Bonus hier im lilafarbenen Bereich dieses Feld mit. Und dann darf ich nämlich nochmal auf Tour gehen. Und dann gehe ich doch hier mal ein Gig an der Universität spielen. Und dafür bekomme ich jetzt nämlich wieder ein Kreuz im Agenda-Bereich. Und dann nehme ich doch mal das hier, weil dann habe ich das jetzt schon fast erfüllt. Gut, okay, weil ich habe jetzt hier schon drei Ecken und die vierte Ecke brauche ich noch. Gut, nehmen wir die nächsten Karten. Und wir haben wieder zwei Crewmitglieder. Ah, okay. So, der hilft uns leider für dieses Ziel nicht, weil wir brauchen Leute, die genau vier Punkte wert sind. Aber fünf Punkte für das Crewmitglied ist natürlich trotzdem gut. Aber wenn wir den hier aus dem Produktionsteam nehmen, das ist wohl ein Komponist, würde ich mal sagen. Dann könnten wir den hier eintragen und dann könnten wir hier die erste Harmonie herstellen. Das ist doch auch nicht verkehrt. Und ja, ist halt immer die Qual der Wahl. Ich würde sagen, wir gehen mit den Punkten. Ja, Punkte sind immer gut. Und der Kollege hier ist direkt fünf Punkte wert. Und der hat hier zweimal die gelbe Fähigkeit. Im Regelheft steht auch drin, was das nochmal genau sein soll. Das merke ich mir aber irgendwie nie. Nichtsdestotrotz, ich finde, das Spiel bekommt es wirklich schön hin, das thematisch auch einzubetten. Hier mit den verschiedenen Aktivitäten, die man macht. Und auch die Illustrationen der Bandmitglieder finde ich unheimlich cool. So, dann nächste Runde. So, jetzt habe ich hier mal die erste Liedsängerin hier als Möglichkeit. Fünf Punkte ist natürlich sehr wertvoll. Würde aber hier zu dem lilafarbenen Harmonie-Punkt, den ich da oben gesetzt habe, nicht passen. Aber sie würde ganz wunderbar hier zu dem Roten passen. Und das wäre ja auch nicht schlecht. Aber schauen wir erst nochmal, was hätten wir hier. Wir hätten nochmal die Probe. Das könnte ich hier oder hier nehmen. Auch nicht verkehrt. Und auch das gibt es ja als Ziel, drei Markierungen da zu setzen. Insofern wäre das nicht schlecht. Aber, da das hier jetzt passt und das fünf Punkte wert ist hier, dieses Bandmitglied, ja, würde ich doch sagen, nehmen wir das für fünf Punkte. Und dann haben wir hier zweimal gelb. Das hier oben passt jetzt halt leider nicht. Und wir haben zweimal rot. Und damit tatsächlich jetzt die erste Harmonie schon zwischen unseren Bandmitgliedern. Und dann male ich hier diese Verbindung aus. Und darf mir sofort auch hier ein Kreuz im Harmonie-Bereich machen. Und zwar in diesem Falle halt in Rot. Ja, und dann würde ich doch sagen, zeige ich euch nochmal einen Bereich, in dem wir noch gar nicht waren. Nehme ich bei den Veröffentlichungen. Und da würde ich doch sagen, veröffentlichen wir hier mal unser erstes Album oder unser erstes Single. Da gucke ich nochmal kurz nach. Ne, okay, die Kassette. Ne, die Kassette wird die Single sein. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn ich da so eine Markierung setzen darf, dann nehme ich hier einfach das erste freie Feld. Und in diesem Falle bekomme ich gleich noch einen Geldbonus dazu. So, jetzt könnte ich hier entweder diese Slots für die Bandmitglieder freischalten, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber da ich hier bei der Tour schon so weit gekommen bin, würde ich mal sagen, schalten wir hier dieses Feld frei. Dann kann ich nämlich hier weitermachen und zur Konzerthalle gehen. Okay, ich kann aber immer noch keines der Ziele erfüllen. Deswegen komme ich erstmal wieder mit zwei Karten klar. So, jetzt hätte ich hier einmal wieder das Musikinstrument. Das würde da gut passen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber hier habe ich das Ticket, das ich nutzen kann. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen. Die Frage ist, nehme ich mir jetzt noch eine dritte Karte, damit ich das auch gleich erfüllen kann. Das wäre an und für sich gar nicht schlecht. Aber wäre jetzt die dritte Karte nochmal eine Agenda-Karte, dann müsste ich diese hier nehmen. Und das möchte ich ja nicht. Deswegen, ich bleibe jetzt erstmal auf der sicheren Seite. Ich nehme diese Karte, streiche hier dieses Ticket ab und habe dieses Ziel jetzt erfüllt. Und sobald ich das dann auch tatsächlich für mich nutzen kann, werde ich das dann gleich machen. Und wir nehmen mal gleich die nächsten Karten. Okay, also dieses Crewmitglied würde natürlich hier gut passen. Aber es wäre nicht ganz so schlimm, wenn ich es nicht nehmen kann. Deswegen ziehe ich in diesem Fall jetzt tatsächlich mal eine dritte Karte. Okay, und ich habe die volle Auswahl, was ich nehmen kann. Und ja, das passt jetzt aber zu gut. Ich werde diese Karte hier nehmen, weil das ist hier das Handy, was ich so sehr haben wollte. Und das gibt mir gleich drei Sachen auf einmal. Ich veröffentliche ein Album. Das ist nice. Und ich darf zweimal hier oben beim Agenda-Bereich was ankreuzen. Und da könnte ich mir doch jetzt gleich mal was Schönes aussuchen. Und ich würde sagen, ich nehme hier diese beiden Felder. Denn dann darf ich mir hier diese beiden Multiplikatoren markieren. Einmal hier und einmal hier. Und wenn ich jetzt das nächste Mal wieder Crewmitglieder anheuere, dann darf ich diesen Multiplikator auf ihren Punktwert anwenden. Das kann sich auf jeden Fall sehr lohnen. Und da ich jetzt die dritte Karte genommen habe, darf ich jetzt eines der Ziele erfüllen. Leider immer nur eins. Im Mehrpersonenspiel, da wird dann am Ende einer Draftrunde immer von links nach rechts geguckt, wer hat welches Ziel erfüllt. Und man dürfte auch jedes einzelne Ziel davon erfüllen. Aber insgesamt maximal sechs Stück im Laufe des Spiels. So, ich habe jetzt dieses Ziel erfüllt, die anderen noch nicht. Insofern kann ich ohnehin nur das hier nehmen. So, dieses Ziel ist jetzt für mich zehn Punkte wert. Und ich bekomme die Boni, die hier zu sehen sind. Und das ist einmal eine Single und noch ein Album. Und das Album gibt mir noch einen Tourschritt. Und dann gehe ich doch mal hier hin. Das ist jetzt auch schon gleich fünf Punkte für mich wert. Aber ich werde dann mal noch gucken, wo es für mich sonst noch so hingeht. So, dieses Ziel ist erfüllt. So, und das Ziel, das ganz rechts liegt, wenn das nicht erfüllt wurde, dann wird das immer noch mit abgeworfen. Dann rückt das Ganze hier nach rechts und es wird wieder aufgefüllt. So, dass ich dann wieder schauen kann, was ich vielleicht als nächstes erledigen kann. So, neu dazu gekommen ist, ich muss mit meinem Liedsänger oder ich habe ja eine Liedsängerin, wenn ich mich nicht völlig vertue, muss ich mindestens drei Harmonien geschaffen haben. Und ja, dafür müsste ich jetzt noch ein bisschen was tun. Mal schauen, ob das gelingt. Oder hier drüben müsste ich im Asset-Bereich einmal das Radio und einmal das Herzmarked haben. Das könnte ich also auch direkt wieder erfüllen. Aber das ist nur vier Punkte wert. Das möchte ich also vielleicht jetzt nicht direkt machen. Insofern würde ich sagen, schauen wir mal nach den nächsten Karten. Und ja, das Bandmitglied ist wieder nicht ganz so fürchterlich attraktiv. Das würde auch nur hierhin passen und es würde uns keine Synergie mit unserer Sängerin schaffen. Deswegen nehme ich mal hier wieder das Radio mit. Und beim Radio, ja, würde ich doch sagen, machen wir hier oben weiter, um wieder einen Bonus mitzunehmen. Und zwar ein weiteres Album. Bringt erstmal noch nichts, aber gleich wieder der Bonus. Ah ja, und am Ende des Spiels multipliziert man die Anzahl der Singles mit der Anzahl der Alben und bekommt dann noch entsprechend viele Punkte. Gut, ja, nächste Karten. Und dann haben wir hier, also, dieses Crewmitglied, das könnte ich nicht anheuern, weil ich hier dafür aktuell keine freien Felder habe. Die müsste ich erst freischalten. Deswegen, der ist auf jeden Fall raus. Wenn ich jetzt eine dritte Karte nehmen würde und die wäre kein Bandmitglied, dann müsste ich diese andere Karte nehmen. Und dann sage ich doch mal, nehme ich hier lieber wieder dieses schöne, teure Bandmitglied für fünf Punkte. Und da nutze ich doch direkt mal den Vierermultiplikator, weil wertvoller kann das nicht werden. Und jetzt ist dieses Bandmitglied schon 20 Punkte wert. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann gibt es hier wieder ein paar Farben zum Eintragen. Und wir haben auch wieder eine Harmonie dabei. Und zwar in Gelb dieses Mal. Und da nehme ich mir... So, ich könnte einen Tourschritt nehmen, der bringt mir aber gerade nicht so viel. Ich könnte... Ah ja, das ist doch perfekt. Dann nehme ich doch hier nochmal ein Album. Und für das Album bekomme ich nämlich auch wieder Geld. Und da schalte ich jetzt hier unten auf jeden Fall was frei. So, die Royal Orbital als Ziel ist leider schon verloren. Insofern, ich glaube, dann gehe ich mal lieber hier den Pfad Richtung Sommerfestival. Ja, das machen wir so. Und nächste Karten. Oh, und wieder ein sehr wertvolles Crewmitglied. Oh, und das wäre auch hier ein weiteres Crewmitglied, das vier Punkte wert ist. Ja, ich glaube, das klingt doch nach einem Deal. Und es ist auch ein weiteres Crewmitglied. Und Crewmitglieder sind halt an und für sich immer schon wertvoll. Leider hier erstmal noch ohne neue Synergien. Aber da ergibt sich bestimmt noch was. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal anfangen, auch die Plätze hier bei den Crewmitgliedern freizuschalten. Weil ich habe jetzt nur noch einen einzigen Platz für einen Musiker oder eine Musikerin. Und, achso, halt, ich nutze hier natürlich auch gleich wieder meinen Multiplikator. Da mache ich doch anstatt, ah ne, doch, die vier möchte ich jetzt behalten. Weil es müssen halt genau vier Punkte sein für dieses Ziel. Okay, so, das hätte ich jetzt aber erfüllt. Das heißt, ich könnte jetzt durchaus wieder überlegen, eine dritte Karte zu nehmen, um das auch direkt zu nutzen. Und, da schaue ich mal, ah, das würde natürlich hier gut reinpassen. Aber, auch das wäre sehr, sehr gut. Und ich möchte das aber auch, glaube ich, gleich erfüllen. Deswegen, ich ziehe eine dritte Karte. Okay, das wäre ein weiteres Bandmitglied. Das ist aber auch ohnehin nicht so fürchterlich attraktiv für mich gerade, wie ich finde. Deswegen, ich glaube, das Herz hier, das ist, glaube ich, gerade sehr gut. Und deswegen nehme ich das auch und nehme dieses Feld hier. Dann darf ich nämlich einmal eine Geldvorgabe rausnehmen und ich nehme dafür mal diese hier. Weil ich möchte ja noch eine dritte Synergie mit meiner Sängerin vor allem machen. Und ich bekomme ohnehin noch eine Harmonie. Und da schaue ich doch jetzt mal, was könnte da gut passen. Grundsätzlich natürlich jetzt hier nochmal ein Kreuz bei der Agenda, weil ich gleich noch eins als weiteren Bonus bekomme. Das, ja, das klingt doch gut. Dann nehme ich das mal hier in lila und mache ein Kreuz hier. Ja, das klingt gut. Und wie gesagt, weil ich wieder die dritte Karte genommen habe, darf ich jetzt wieder eins der Ziele erfüllen. Und dieses Ziel hier habe ich erfüllt. Ich habe zwei Bandmitglieder mit einem Punktewert von vier. Das ist für mich sechs Punktewert. Ich bekomme wieder einen Geldschritt. und dann schalte ich mal, schalte ich hier mal das nächste, nee, ich schalte hier nochmal den Musiker frei. Und ich bekomme ein Kreuz bei der Agenda und dann nehme ich hier die weitere Diagonale und die ermögliche es mir jetzt hier auf diesen Feldern, die hier unten frei sind, denen nehme ich weitere Farben für Harmonien einzutragen. beziehungsweise das hier packe ich mal auf den Stapel und zwei Stück darf ich da markieren. Dann nehme ich auf jeden Fall hier einmal bei meiner Liedsängerin eine gelbe Harmonie und ich, doch, ich nehme auch hier nochmal gelb, weil dann kriegen wir vielleicht die gelbe Harmonieleiste für 15 weitere Punkte voll. Und dann nehme ich natürlich hier gleich erstmal als Bonus hier den Tourschritt und ich nehme noch als Bonus das Geld, damit ich hier weitere Sachen freischalten kann. Und ich würde sagen, hier habe ich jetzt schon wieder ein bisschen was freigeschaltet, deswegen nehme ich jetzt mal den Tourschritt da unten. So, und dann bekomme ich nämlich hier den Tourschritt. Das ist eine weitere Harmonie. Das ist sehr gut. Und dann nehme ich jetzt hier nochmal das Kreuz bei der Agenda. Ja, nehmen wir mal das hier. Und dann habe ich die ganzen Boni genommen. Und dann, die Karte wird wieder abgeworfen, weil die Karte halt ganz rechts lag und dann wird der Rest wieder aufgefüllt. Und ja, so langsam muss ich aber auf jeden Fall schon mal schauen. Ewig geht das Solospiel halt tatsächlich nicht. Okay, als neue Ziele haben wir dabei, ja, sechs Crewmitglieder, die einen Punkt genau wert sind. Ich hätte noch die drei Slots, äh, die sechs Slots dafür frei. Deswegen theoretisch kann ich das noch erfüllen. Im Multiplayer, wenn ein Ziel von niemandem mehr erfüllt werden kann, dann wird das auch abgeworfen bei der nächsten Wertungsphase. Aber, äh, ja, mit dem Ziel werde ich nichts anfangen können. Oder ich brauche drei Leute, die halt nur lila und gelbe Fähigkeiten haben. Da hätte ich eins. Das wird wahrscheinlich nichts. Insofern werde ich mich jetzt auf jeden Fall hier nochmal auf dieses Ziel fokussieren, drei Harmonien für meine Liedsängerin zu haben. Und dann schauen wir mal, ob uns das hier irgendwie weiterhilft. Okay, also ich kann den definitiv hier nicht eintragen, den, den Roadie. Ich könnte den Musiker, könnte ich hier oder hier eintragen, um eine blaue Harmonie zu bekommen. Ähm, und, ja, da ich keine, ja, ich könnte das Ziel erfüllen, aber dafür eine Karte quasi opfern, möchte ich, glaube ich, eigentlich gerade nicht. Und dann wäre das Ziel auch weg. Deswegen, ich werde hier den Musiker nehmen. Und, achso, ja, diesen, nee, den Bonus habe ich noch nicht genutzt. Aber, ja, für den, der nur ein Wert ist, nehme ich jetzt keine drei. Ha, 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 ha. Wo schreibe ich dich jetzt hin? Und, ich würde sagen, ich setze dich mal nach hier. Ja. Dann haben wir einmal gelb. Oben und unten ist es blau. Da bekommen wir hier eine Harmonie hin. Und, dann haben wir noch einmal lila dabei. So eine blaue Harmonie. Und, da könnte ich jetzt eine weitere Single nehmen. Und würde dann gleich nochmal hier so eine Harmoniefarbe eintragen können. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und es ist vier Punkte wert, weil ich hier schon vier Alben habe. Und dann eine weitere Single würde mir dann quasi nochmal vier Punkte bringen. Ich könnte aber auch schauen, dass ich direkt hier nochmal das Geld nehme, um mich hier flexibler zu machen. Aber, ich sage mal so, wenn ich hier lila nehme, könnte ich auch da dann nochmal Geld nehmen. Ach, aber ich, doch, ich nehme die Single. Und, ich nehme hier einfach mal die lila Harmoniefarbe und darf jetzt noch ein Kreuz im lilafarbenen Harmoniebereich machen. Und dann nehme ich jetzt das Geld. Und, ich würde sagen, wir schalten mal hier das weitere Produktions-Crew-Mitglied frei. Okay. Gut. Gut, nächste Runde. Und das war an und für sich keine schlechte Idee. Aber die passt halt harmonietechnisch da gar nicht rein. Deswegen, ich glaube, ich nehme nochmal den nächsten Musiker. Denn der schafft zumindest den dritten, die dritte Harmonie hier bei meiner Liedsängerin. Dann, ja, komm, das machen wir so. Dann haben wir das nämlich erfüllt. Dann kann ich nächste Runde tatsächlich in Angriff nehmen, dann dieses Ziel zu erfüllen. Diese Runde mache ich das nicht, weil da beide jetzt hier Crew-Mitglieder waren, hätte ich sonst die dritte Karte nehmen müssen. Und das will ich natürlich nicht. Also, Harmonieverbindung hier noch einzeichnen. Pala. Und ein weiteres Kreuz bei Gelb. So, die geben mir jetzt keine Boni mehr. Aber, wenn ich die Zeile voll habe, sind es 15 Punkte. Und für die Spalte sind es 10 Punkte. Insofern ist das auch trotzdem nicht verkehrt. Okay. So. Zwei Karten. So, diese Karte könnte ich definitiv nicht nehmen. Die Karte hier wäre nicht schlecht. Aber ich möchte jetzt werten. Deswegen nehme ich auf jeden Fall noch eine dritte Karte dazu. Okay. Jetzt habe ich zwei Leute aus dem Crew-Bereich. Das sind zwar unterschiedliche Arten von Crew-Mitgliedern, aber die gelten in dem Fall trotzdem als gleiche Kartenart. Deswegen sind die auf jeden Fall schon mal weg. Und ich nehme dann hier diese Probe, glaube ich, ist das. Und da habe ich eh nur noch ein Feld von frei. Und jetzt habe ich hier ganz viele Sachen, wo ich nur noch ein Kreuz brauche. Eigentlich fast überall. Um die Zeile oder Spalte voll zu machen. Und ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Das ist erledigt. Jetzt darf ich wieder werten. Und ich nehme diese Karte hier. Weil ich habe jetzt hier eins, zwei, drei Harmonien mit meiner Liedsängerin. Das sind nochmal acht Punkte für mich. Und ich darf ein Kreuz hier im Asset-Bereich machen. Das gibt es als Bonus eigentlich nie. Und deswegen ist das natürlich gerne gesehen. Ich könnte jetzt hier nochmal einen Tourschritt bekommen. Ich könnte natürlich vorbereiten, hier weitere Kreuze oben zu machen. Das wäre auch überhaupt nicht schlecht. Ich werde aber auch nicht mehr so riesig viele Runden haben. Aber ja, vielleicht ist das Herz hier keine schlechte Idee. Oder hier die Probe nochmal hier in dem Bereich. Oder aber auch natürlich hier. Weil dann könnte ich auch nochmal einen Tourschritt machen, was super wäre. Und ich würde hier nochmal einen Dreier-Multiplikator freischalten. Ich weiß aber natürlich auch nicht mehr, wie viele Crewmitglieder ich noch rekrutieren werde. Deswegen, ich gehe mal das Risiko und markiere dieses Feld. Und bekomme daher wieder ein bisschen Geld dazu. Jetzt könnte ich die Royal Orbit Hall mir nochmal freischalten. Um hier nochmal den Bonus mitzunehmen. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Aber ich könnte auch noch eins zumindest von den Crewmitgliedern hier. Von den Backstage-Leuten freischalten. Denn hier hätte ich noch zwei Schritte, die ich auch sehr gut nutzen kann bei der Tour. Ja, deswegen nehme ich mal hier diesen Platz, den ich dann noch freischalte. Okay. So, diesmal habe ich die Karte ganz rechts genommen. Deswegen muss nichts abgeworfen werden. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich mit den Zielen eigentlich nicht so riesig viel anfangen kann. Aber so ist das manchmal. Und dann haben wir jetzt hier noch... Ah, okay. Im Asset-Bereich die vier Ecken markieren. Das werde ich definitiv nicht mehr schaffen. Tja, insofern. Ich glaube, das Ziel da werde ich noch mitnehmen. Aber vielmehr sieht nicht gut aus. Egal. Müssen wir mit klarkommen. Und dann haben wir jetzt hier das Handy oder wieder die Mikrofone. Dann nehmen wir doch das Handy. Das passt hier oben. Und dann haben wir noch mal ein Album und ein Tourschritt. Und der ist für uns schon mal zehn Punkte wert, weil wir jetzt beim Nippon Budokan in Tokio angekommen sind. Und den Weg zum Sydney Opera House haben wir auch schon freigeschaltet. Den werden wir doch hoffentlich auch gleich noch nutzen. Und dann haben wir hier... Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt könnten wir hier noch ein weiteres Crewmitglied anheuern. Das hätte aber auch wieder nur eine Harmonie und auch nur einen Punkt. Deswegen nehme ich hier diese Karte und werde das Kreuz hier setzen. Denn dann bekomme ich noch mal eine Single und einen Tourschritt. Und das bringt uns ins Sydney Opera House. Also da haben wir schon sehr weit gebracht mit der Band. Und das gibt noch mal eine Harmonie. So, jetzt könnte ich natürlich Gelb nehmen, um hier die 15 Punkte sicher zu haben. Aber ich glaube, darauf verzichte ich, weil ich glaube, gelbe Synergien sollte ich noch hinbekommen können. Deswegen nehme ich doch lieber hier das Kreuz bei Lila, weil dann ist das hier schon mal zehn Punkte wert, weil ich hier die ganze Spalte ausgefüllt habe. Okay, und auch bei Lila könnte ich jetzt mit einem weiteren Kreuz hier schon die Zeile auf voll machen. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal. So, ja, das wäre an sich gut, wenn ich das hier freigeschaltet hätte. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja, aber das funktioniert leider nicht. Aber dieses Crewmitglied kann ich gar nicht rekrutieren, weil eine Liedsängerin habe ich schon. Ich würde sagen, es ist Zeit, um nochmal eine dritte Karte zu nehmen. Okay, gut. Passt du irgendwo mit rein? Ja, du passt dort mit rein. Das war nur ein Punkt wert. Oh, aber für dich könnte ich noch 15 Punkte mitnehmen hier, aber halt ohne Synergien. Ha. Ne, ich nehme sie und sie ist dann hier nochmal einen Punkt wert und gebe mir immerhin hier diese letzte gelbe Synergie, die ich noch haben wollte. Und vielleicht bekommen wir ja gleich noch ein Produktionsmitglied, was oben eine blaue Fähigkeit hat. Das wäre sehr cool, denn da könnten wir dann natürlich nochmal gleich zwei Synergien mitnehmen. Das wäre sehr schön. Aber wir haben drei Karten genommen, daher darf ich wieder ein Ziel abrechnen. Tatsächlich habe ich hier schon ganz gut daran gearbeitet. Ich habe jetzt noch drei Crewmitglieder mit nur einem genommen, aber ich kann gerade nur das hier erfüllen, weil die beiden Symbole habe ich auf jeden Fall schon markiert. Aber es sind immerhin vier Punkte. Kann man sich ja auch nicht darüber beschweren. Okay, das Ganze rutscht wieder nach rechts und vielleicht nochmal ein Ziel, nochmal ein ganz einfaches, auch mit vier Punkten. Und, oh, ich sehe schon, ich habe hier nur noch fünf Karten. Das heißt, ja, das Spiel endet so lange, sobald ich keine zwei Karten mehr ziehen kann. Das heißt, ich werde jetzt noch einen Zug zwei Karten nehmen und einen Zug nochmal mit einer dritten Karte, um vielleicht nochmal was abzurechnen. Okay, so, dann hätten wir hier nochmal ein Crewmitglied. Und, ja, das würde nochmal Gelb geben. Das hilft jetzt nicht so fürchterlich viel. Was könnten wir hier noch mit dem Radio anrichten? Gar nichts. Ja, dann würde ich doch sagen, nehmen wir tatsächlich hier das Crewmitglied und dann, ja, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich noch was Besseres bekomme, würde ich sagen, nehme ich den Dreiermultiplikator hier und mache daraus eine Sechs. Und dann bekomme ich hier immerhin nochmal eine rote Harmonie. Hier unten eine gelbe Harmonie würde ich auch noch bekommen, aber die bringt es leider nichts mehr, weil, ja, bei Gelb nichts mehr. Ach, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Was erzähle ich denn da? Ach ja, das liegt daran, dass ich eben bei dieser Harmonie gar nicht das Kreuz gesetzt habe. Ich Experte. Insofern war es richtig. Da gibt es leider nichts mehr für. Und auch hier für diese blaue Synergie gibt es nichts. Aber ein Kreuz bei Rot darf ich noch setzen. Und ich dürfte jetzt nochmal ein Album veröffentlichen. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Das wäre dann hier auf gut Glück, sage ich mal, was dabei rauskommt. Aber es ist auch vier Punkte wert. Im Gegensatz zu dem Geld, was mir halt nichts bringen würde. Und bei den beiden, ob da noch was bei rauskommt, weiß ich natürlich nicht. Deswegen, ja, ich nehme auf jeden Fall das hier. Und die Karte ist erledigt. Jetzt habe ich hier eine Zielkarte mit reingemischt. Die brauche ich dann natürlich nicht. Und ich darf hier jetzt noch was reinsetzen. Also, dass ich tatsächlich alle Harmoniefelder fülle, das habe ich auch sehr selten. Tja, dort, ja, ich habe es eh noch nicht freigeschaltet. Deswegen ist, da kommt wenigstens mehr rein. Insofern, ich nehme da jetzt einfach mal Rot. Und dann schauen wir mal die letzten beiden Karten. Okay, die kann ich beide nicht nehmen. Insofern nehme ich auf jeden Fall die dritte Karte. Oh, alles Crewmitglieder. Tja, das war ein Griff ins Klo. Von denen kann ich nichts nehmen. Das heißt, also eine muss ich quasi auswählen, die ich nehme. Und da ich sie nicht nutzen kann, muss ich hier oben einen Fehlschlag ankreuzen. Der kostet nämlich zwei Punkte. Aber ich verliere auch gleich noch ein paar extra Punkte, weil ich meine Band nicht vervollständigt habe. Aber da ich eine dritte Karte genommen habe, darf ich nochmal ein Ziel erfüllen. Und ja, das habe ich nicht. Wie gesagt, da bräuchte ich drei Leute, die nur Lila und Gelb als Fähigkeiten haben. Das habe ich definitiv nicht. Das habe ich definitiv nicht. Und das habe ich definitiv auch nicht. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall nochmal erfüllen. Weil ein Herz und ein Handy, das habe ich auf jeden Fall mal markiert. Sind immerhin nochmal vier Punkte. Insofern nicht schlecht, was wir da so geschafft haben. Und ja, jetzt ist das Spiel vorbei und ich kann zusammen rechnen. Und praktischerweise gibt es hier so eine schöne Zählleiste. Und wir fangen mal an. Allerdings zuallererst, ich habe zwei Plätze noch in meiner Crew frei. Das heißt, ich muss hier noch zwei Fehlschläge ankreuzen. Im Mehrpersonenspiel gibt es Fehlschläge auch als Karten. Also manchmal kann es auch sein, dass man so eine Fehlschlagkarte nehmen muss. Aber das will man natürlich normalerweise vermeiden. Aber wie gesagt, wenn man halt am Ende des Spiels noch Bandplätze frei hat, dann bekommt man hier auf jeden Fall nochmal ein paar extra Fehlschläge dazu. Ja, und dann würde ich sagen, können wir jetzt aber zusammenrechnen. Als allererstes mal unsere Crew. Da haben wir 5, 6, 7, 8, 13, 17, 37, 41, 47, 50 Punkte genau. Das ist gar nicht schlecht. Dann für unsere Ziele. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen für das Solospiel. Da haben wir 10, 20, 28, 32 Punkte. Dann im Harmonie-Bereich habe ich diese Spalte und diese Zeile vollständig. Das sind 25 Punkte. Im Agenda-Bereich, ja, da haben ganz wenige Kreuze nur gefehlt, um dann noch ordentlich was mitzunehmen. Aber hier diese Punkte-Sachen, da habe ich nichts von freigeschaltet. Insofern, da gibt es nichts. Im Tour-Bereich habe ich 5, 15, 40 Punkte insgesamt gemacht. Dann bei Alben und Singles habe ich 4 mal 6, also 24 Punkte. Und ich verliere 9 Punkte für meine Fehlschläge. Und kommen wir dann insgesamt auf 82, 107, 147, 151, 171, 162 Punkte. Und hinten auf der Anleitung gibt es dann eine kleine Übersicht dazu, wie man dann abgeschnitten hat. Ja, und bei 160 oder mehr, looking good on your way to going platinum. Also die, naja, zweitschlechteste Bewertung eigentlich. Wobei, die mittlere Bewertung, wenn man so will. Bei unter 100 Punkten ist es wirklich schlecht. Ab 100 kann man so langsam sagen, das war okay. 160 ist dann, wie gesagt, schon Mitte. Und ja, über 200 oder 250 Punkten, da geht es dann richtig ab. Aber ich mag dieses Spiel einfach. Und ich finde tatsächlich auch sehr schön, dass es im Singleplayer so schön zu spielen ist. Es ist ganz unkompliziert. Man muss ab und zu mal hier eine Karte extra abwerfen. Und man muss halt das richtige Timing erwischen, um möglichst viele gute Ziele auch für sich zu erfüllen. Aber insgesamt finde ich ein sehr angenehmer Solo-Modus. Also nicht zu kompliziert gemacht. Und ja, deswegen, ich finde es ein super tolles Spiel. Draft & Drive Records. Ihr könnt den Solo-Modus übrigens auch auf Board Game Arena spielen. Also falls ihr das Spiel noch nicht da habt oder vielleicht noch auf eine deutsche Version wartet, könntet ihr da einfach schon mal ein bisschen üben. Und bis dahin hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Dass es vielleicht auch hilfreich war, um das Spiel kennenzulernen. Schreiben ja immer viele von euch drunter, dass es auch für euch sehr hilfreich ist, das Spiel kennenzulernen oder mal zu schauen, wie sich das so spielt. Und insofern hoffe ich, hattet ihr auch ein bisschen Spaß. Habt vielleicht ein bisschen nette Musik noch im Hintergrund dazu gehört. Das passt hier zu diesem Spiel natürlich ganz, ganz wunderbar. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder beziehungsweise erstmal noch, falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Spiel habt, schreibt die natürlich gerne in die Kommentare. Da gucke ich gerne mal nach. Oder falls euch irgendwas aufgefallen ist, wo ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, weil das passiert immer mal wieder in den Solo-Let's Plays, dass man im Eifern des Gefechts doch irgendwo was vergessen hat einzutragen oder ein bisschen was sich verrechnet hat, kann immer mal wieder passieren. Auch da freue ich mich immer, wenn ihr das reinschreibt, weil dann wissen auch die anderen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Folgt mir auch gerne mal bei Facebook, Instagram, Blue Sky oder Twitter, beziehungsweise X. Und da wusste ich nämlich eigentlich jeden Tag was rund um Brettspiele oder Sammelleidenschaft. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch bald im nächsten Video oder Wonders wiedersehen. Und bis dahin sage ich dann bis bald und ciao.